Servus Leute, heute ist ja ein bisschen was anderes und zwar muss ich mal ein kurzes Statement allgemein dazu bringen, es war gestern schon so ein Problem. Aktuell, ich bin dabei ein bisschen meine Hardware umzustellen, also es kommt jetzt ein neues Mikro, ich habe jetzt eine neue Kamera, die sieht man jetzt hier und aktuell ist das Problem, dass diese Kamera mein Ton und mein Bild nicht synchron hat. Also das ist aktuell ein wirkliches Problem und ich bin da jetzt gerade dabei, das zu fixen, sage ich mal, aber das Problem ist, ich möchte ja gute Qualität bringen und das ist mir halt so nicht möglich. Dementsprechend haue ich da gerade eine Pause rein mit den Videos, bis ich das gefixt habe, das wird vielleicht dann die Woche eben ein bisschen mau ausfallen, aber die nächsten Wochen wird es dann wieder ganz normal vonstatten gehen. Wundert euch ja auch nicht, also hier funktioniert es jetzt, ich bin auch schon am Rumprobieren, also mein Problem ist, dass das entweder dann mit dem Spiel zusammenhängt oder wie es da ausschaut. Ich möchte nur, dass euch da abholen, dass ich hier jetzt nicht angefangen habe aufzuhören oder sonst was, weil ich habe jetzt auch schon 168 Abonnenten, glaube ich, sind es jetzt, das stand heute. Es kommt heute ein City Skylines Video raus, dieses Video wird diese Verzögerung drin haben, bitte deswegen nicht irritieren lassen, die ist relativ gering, ich glaube eine halbe Sekunde, vielleicht eine dritte Sekunde, aber es nervt mich halt. Und ich bin da ein Perfektionist, ich werde da jetzt nicht weitermachen, das heißt morgen wird kein Video kommen, Stand jetzt, außer ich kriege es jetzt heute Abend gefixt und kann noch aufnehmen, aber ich habe leider auch nicht so viel Zeit neben meiner Arbeit und so weiter. Und dementsprechend bin ich aber auf jeden Fall dran und hole euch dann auf jeden Fall auch nochmal heute mit dem Stream ab, wo ich dann hoffentlich das mit der Kamera auch gefixt bekomme, dass die nicht anfängt hier zu verzögern. Und ich werde es dann auch hoffentlich fürs Wochenende für Videos und auch für nächste Woche dann gefixt haben. Es sollte auf jeden Fall machbar sein, bin ich der festen Überzeugung. Aber ich möchte euch da eben nicht einfach so alleine stehen lassen und dann am Schluss wundert man sich so, ja was macht der Raid? Der macht ja nur Scheiße. Was ist in seiner Qualität? Ne, ich habe schon immer gesagt, ich möchte gute Qualität bringen und dementsprechend entschuldige ich mich dafür. Erstmal ist es das erste Mal, seit ich im April angefangen habe, dass ich wirklich einen Break machen muss aufgrund von technischen Problemen. Kann man sich jetzt auch, als so kleiner YouTuber jetzt auch, gibt es Schlimmeres, finde ich, aber dementsprechend hoffe ich, dass ihr dran bleibt und dann sehen wir uns auf jeden Fall in den nächsten Videos oder dann streamen. Bis dann, haut rein.